Musik Heute wieder mit ein paar Neuheiten der letzten Wochen und Monate die hier angekommen sind doch bevor es los geht ganz kurz zum aktuellen Zeitgeschehen wo ich mich ja sonst eigentlich immer raushalte aber ich muss heute trotzdem mal ein paar Worte dazu sagen es ist eigentlich man kann sagen verrückt was wir aktuell erleben eine hohe Inflation ein Krieg auf europäischen Boden dazu wird jeden Tag noch eine neue Sau gefühlt durchs Dorf der Medien getrieben und es ist einfach aktuell wirklich sehr sehr schwierig sich dem Ganzen zu entziehen und sich da irgendwie trotzdem einfach ein bisschen Ruhe von diesem ganzen Chaos zu gönnen das ist auch der Grund weswegen unter anderem in letzter Zeit wenig Videos kamen oder in diesem Jahr wenig Videos kamen weil einfach die Zeit am Wochenende für mich benötigt wird um dem ganzen Trubel ein bisschen zu entfliehen und was die Zukunft bringt keine Ahnung eine Hyperinflation wer weiß das schon hoffentlich vor allem wieder Frieden und sinkende Preise und eine sinkende Inflation das wäre natürlich mein Wunsch und nicht unbedingt ein hundertjähriges Jubiläum der Hyperinflation ich glaube das wünscht sich am Ende auch niemand natürlich sollte das Ganze schlimmer werden sollte der Krieg ausarten sollte irgendwelche anderen Ereignisse von weiterhin großer Tragweite passieren kann es auch durchaus sein dass von heute auf morgen erstmal alle Videos offline genommen sind bis sich die Situation dann wieder beruhigt hat diese Möglichkeit wird es natürlich geben diese Möglichkeit kann es geben das wird dann auch ohne Vorwarnung passieren aber naja die Zeit wird zeigen was da so passiert aber nun genug der Vorrede kommen wir jetzt zu den Münzen wir haben aus Finnland 50 Penny von 1916 in der Erhaltung fast Stempeltlands kein Stück was einen extrem großen Wert hat aber eine der ersten finnischen Münzen aus diesem Alter für mich und vor allem eben in einer sehr guten Erhaltung dann aus Gibraltar meine erste Münze in der Sammlung mit der Wertangabe IQ auf der Münze hier genauer gesagt 14 IQ beziehungsweise 10 Pfund aus dem Jahr 1992 eine Silbermünze in polierte Platte mit einer Auflage von 20.000 Stück mit dem dazugehörigen Etui und dem Echtheitszertifikat dann eine von diversen älteren Münzen die mich in diesem Jahr erreicht hat eine Zusammenstellung über die ich mich sehr gefreut habe und einige von den Münzen möchte ich euch heute zeigen wenn auch nicht alle die da dabei waren aus Griechenland aus Theben ein Denar aus der Kreuzfahrerzeit geprägt von 1287 bis 1308 in einer sehr guten Erhaltung ein tolles Stück Geschichte und meine erste griechische Münze aus dieser Zeit dann aus Großbritannien eine Münze die ich auch schon länger haben wollte eine Crown aus dem Jahr 1965 mit dem Bildnis von Winston Churchill ebenfalls in fast Stempelglanz beziehungsweise Stempelglanz erhalten dann aus Italien aus Genua ein Denaro geprägt von 1139 bis 1339 ebenfalls hier die Erhaltung hervorzuheben ein wirklich hübsches Stück dann aus Italien nochmal aber deutlich neueren Datums 5 Lire aus dem Jahr 1927 aus den Niederlanden aus der Stadt Kampen ein Arendschilling geprägt von 1612 bis 1619 was mir bei diesem Stück besonders gut gefällt ist auch die Größe dass es sich um eine Münze handelt mit einem Durchmesser von ca. 30 Millimetern dann haben wir einige Stücke aus Österreich zunächst ein Wiener Pfennig geprägt unter Albrecht V. von 1411 bis 1439 eine meiner ersten Münzen aus dem 15. Jahrhundert dann auch wieder deutlich neueren Datums 25 Schilling von 1955 zur Wiedereröffnung des Bundestheaters und 25 Schilling aus dem Jahr 1963 mit Prinz Eugen von Savoyen jetzt noch zwei ältere Münzen einmal aus Spanien ein Dinero von 1213 bis 1276 geprägt man könnte den Namen jetzt englisch aussprechen Jamie der Erste ob das richtig ist ich weiß es nicht muss ich ehrlich gestehen ich hoffe die Aussprache haut einigermaßen hin was hier hervorzuheben ist ist auch die Ausprägung der Münze die Gesamterhaltung die hier wirklich gut ist bei diesem Stück und zu guter Letzt noch aus Ungern ein Praktiat aus der Zeit von Bela III in etwa geprägt von 1172 bis 1196 Besonders freue ich mich bei diesen ganzen neuen Münzen natürlich über die alten Stücke da es mich immer fasziniert Münzen die 5, 6, 800 Jahre alt sind immer dann anschauen zu können wenn ich es möchte und eben nicht in ein Museum zu gehen um solche historischen Stücke anzuschauen sondern ich kann eben wirklich sagen Freitagabend 22 Uhr ich möchte meine alten Münzen anschauen und kann das eben tun ein Privileg was ich sehr sehr schön befinde wofür ich sehr dankbar bin und was ich natürlich auch gern in gewisser Weise mit euch teile also an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen ich hoffe trotz allem dass bald wieder ein Video kommt dass sich auch das ganze wieder etwas beruhigt und ja haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal Tschüss